Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Wir haben eine sehr spannende News. Cyril Garn vs. Derrick Lewis ist das Main Event von UFC 265. Titelfight im Schwergewicht, aber was genau hat es damit auf sich? Das klären wir in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Lasst aber vorab gerne einen Daumen nach oben da oder natürlich auch ein Follow bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Gestern Abend machte Brett Okamoto von ESPN das ganze Publik. Die UFC hat für den 8. August, also für UFC 265, Cyril Garn vs. Derrick Lewis um den Interimstitel im Schwergewicht gebucht. Und das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, weil wir alle davon ausgegangen sind, dass wir im Sommer Derrick Lewis gegen Francis Ngarno sehen werden. Das war the fight to make. John Jones wollte zu viel Geld. Dann hat die UFC gesagt, alles klar, da machen wir Ngarno gegen Lewis, weil es an Jones gescheitert ist und nicht an Ngarno. Nun klappt aber es von Ngarno seiner Seite aus nicht. Francis Ngarno hat gesagt, er kann im August nicht kämpfen. Er kann erst im September kämpfen. Und das war Dana White und der UFC scheinbar viel zu spät. Also die UFC hat daraufhin gesagt, okay, dann wollen wir nicht. Im September ist uns zu spät. Wir brauchen einen Titelfight im August. Und deshalb gibt es den Interimstitelkampf. Finde ich persönlich sehr schade. Wir müssen verstehen, dass wenn jetzt Lewis gegen Garno kämpft, der Sieger, gehen wir davon aus, dass er sechs Monate ausfällt. Wenn es sechs Monate sind, dann fällt der Sieger bis Februar aus. Und dann hat Ngarno wieder nur einmal im Jahr gekämpft. Und zwar jetzt im März. Und das wäre wahnsinnig schade. Das Heavyweight wurde lang genug aufgehalten. Warum wartet man jetzt nicht einfach bis September und bucht dann Ngarno gegen Lewis? Ich kann verstehen, warum. Wir haben im August als einziges Main Event Amanda Nunes gehabt. Und Amanda Nunes als Main Event, das war in der Vergangenheit oft der Fall, hat noch nie gezogen. Noch nie. Und deshalb wollte die UFC händeringend ein Fight im Schwergewicht als Main Event. Ich finde es schade, wie man hier mit Francis Ngarno umgeht. Es wirkt ein bisschen undankbar. Ngarno ist einer der besten Champions zur Zeit. Also Ngarno hat alles, was die UFC an einem Champion haben möchte. Ausstrahlung, Körper, Physis, Knockout-Power. Diese Knockout-Power von Ngarno, das liebt doch die UFC, denn genau das lieben die Casual-Fans. Wie Ngarno, Overeem ausgenockt hat, Rosenstrike, Stipe. Genau das wollen die Casual-Fans. Und genau das will doch auch die UFC. Wieso machen sie jetzt es so dreckig? Es gab dann einen kleinen Instagram-Beef zwischen dem Management von Francis Ngarno und Dana White. Das Management hat gesagt, hey, hört mal zu, wir sind komplett schockiert, wir sind verwundert. Dana White hat gesagt, hört auf, ihr seid voller Scheiße. Wieso seid ihr schockiert? Wir haben euch schon lang genug Bescheid gesagt, dass wir Garn gegen Louis machen. Daraufhin hat der Manager geantwortet, hör zu, Dana. Ich weiß, dass du lügst. Ich bin schockiert, dass du so mit uns umgehst. Zeig den Leuten die Chats, zeig denen die E-Mails und die Anrufe und dann sehen wir ja, wer recht hat. In Grüße, dein ehemaliger Mitarbeiter. Pumpe Punkt. Sehr komische Story. Also wie Francis Ngarno hier behandelt wird von der UFC, halte ich für äußerst kurios. Garn gegen Louis ist ein geiles Match-Up, ist ein geiler Fight, keine Frage. Aber der Arben Garno muss dann halt aussetzen. Wie dem auch sei, bisschen früh, ne. Garno hat erst im März gekämpft. Wieso gibt es sofort ein Interim-Steel-Fight? Das ist ja diese offene Frage, die keiner beantworten kann. Dann war es das mit dieser Episode. Folgt Will of MMA auf Instagram. Wir hören uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.